Ich höre schon wieder was. Ich höre was. Das ist das Fenster, das ist nichts, Maxi. Das ist ja mein Bildschirm heller geworden. Nein, das gehört also. Es wird immer dunkler, immer... Immer weiter runterkommen. Hör auf, hör auf, hör auf. Das sind die Flutdinger. Die Flutdinger. Das sind eine Fab. Nein, ich weiß das Spiel. Da ist auch wieder was. Ich glaube, das ist eine Batterie oder 1000 Volt steht da drauf, oder? Irgendwo müssen wir die eine setzen. 1000 Volt, DMI, FF, irgendwas. Es ist eine Batterie. das hat man beide mitnehmen mal ist so traurig ja ich lass dich mal da liegen wahrscheinlich müssen wir ganz zurück wieder an die ungeheuer vorbei es ist so geil weil du hörst mit den Kopfhörern wo es herkommt das ist so geil ich spiele eigentlich nur mit Kopfhörern aber gerade bei Amnesia allein kannst du nicht mit Kopfhörern spielen geht nicht nein musst also Amnesia meine ich alles andere gerne nein schon sonst hast du ja überhaupt keinen davon wo die Geräusche kommen das ist so geil wenn du das weißt was aber gut ist vielleicht sogar das wahnsinnig macht das sind so viele Geräusche das haben sie echt ein bisschen übertrieben mit den Geräuschen ja du bist heute in einem riesen Industrie Ding boah shit hat man da rein ja ja das war kein boi das war ein fass ich meine das war wieder der boi von vorher nein das ist das fassl gewesen das ist ein fassl vorbei gerollt von da oh Gott oh Gott Leute das ist echt viel zu arg einfach viel zu arg einfach viel zu arg gefuck you Leute hört mal auf mit den Geräusch für die ganze Zeit blirp 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 war cool das gefällt mir das Geräusch war cool das gefällt mir das Geräusch Ja, ich weiß. Was ist denn da oben los? Da steht da was oben. Nein, du hast vorbeigegrennt gerade. Oh fuck, das ist die Brücken, oder? Ist das geil gewesen gerade, das hat man genau gehört, wo es herkommt. Ja, so haben wir es mir vorgestellt. Ja, wieso kriege ich wieder die harten Sachen? Ja, was? Ja, was? Wenn das nicht Ärger ist, wenn das, was du brauchst. Es geht immer weiter runter. Ja, eh. Ja, super. Vielleicht kommen wir später mal einen Monster an so einem Schiff. Die gefällt mir wahnsinnig, wenn ich wieder spielen darf. Oh, da geht es weiter. Ja, okay. Oh Gott. Man sieht ja nichts. Ah, du kehrt die Batterie. Shit. Du musst wieder zurück. Mein Channel. Nein. Dann muss ich wieder zurück. Mein Channel. Mein Channel. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Oh. Geht das nicht weiter? Das heißt, da sagt man vielleicht was, wenn es hingeht. Da sagt man was. Also Balken davor, okay. Ich kann nämlich nicht schauen, während ich das mache. Ah, okay. Ja, dann lassen wir das also. Und das geht wieder automatisch zu. Hm. Ja. Ah, da ist ja eine Batterie. Da ist auch eine Batterie. Da ist nur eine Batterie. Ah, shit. Oh, fuck ey. Ich will nicht da die Batterie holen. Oh, shit. Schau lieber erstmal hinterher, ob das Ding auf geht kann oder nicht. Nein. Wir bauen so eine scheiß Fabrik. Warum ist da... Ist das für die Tier? Du machst da wieder irgendwas auf. Damit bewegt man. Ist das die Tier? Na. Was ist das? Was hängt da in der Mitte? Was ist das? Nein, ich glaube das ist... Ja, ich glaube das ist aber nichts besonders. Also... Fuck diese Stimmen. Das senkt sich jetzt. Okay, das geht runter. Das ist ein Lift oder sowas. Ja, da müssen wir runter. Schätze mal, dass wir dann da unten. in der Tür auflegen. Ja, da ist so ein Lift, gell? Da kann man dann auch aufsetzen. Komm in die Tür auf, ja. Pläne. Ach. Batterie. Oh Gott, ich rück mich leider, das war ich jetzt schon. Ah ja. Das könnte man doch auch aufheben können, ihr Blöden, du weißt echt, warum ich es keiner jetzt nicht mache. Das ist klar, Harry. Wie habe ich in einem Review gelesen? Also, dass du auch wieder, oder, man zählt zum auserwählten Kreis irgendwie von echten Männern, wenn man das spielt. Magst du weiter tun? Auserwählter Mann? Nein. Ja, ich z.B. weiter mag nicht. Ja, keiner mag das. Du hast bei Amnese beim ersten Teil aus dem man viel länger gespielt, Harry, das war viel angenehmer für mich. Oh Gott. Ja, wir müssen ja beide was davon haben. Ja, ich hab was davon gelaufen. Ist jetzt hell aber? Nein, nein, das ist gar nicht hell. Nein, nein. Nein, ist gut. Vielleicht darf ich so gut wie gar nicht sagen. Hey. Das können wir schon, das schreckt uns nicht mehr. Das schreckt schon. Wie können wir das nicht heller machen? Sind wir da jetzt schon herunten? Ah ja, da sind wir jetzt schon. Schau. Oh Gott, da war gerade was. Da sind wir jetzt schon, wie das ist. Ja, da sind wir nicht. Schau, was da rechts ist nicht vorher. Okay, da kommen wir eh keine Lunge auf die andere Seite. Ah, da geht's wieder weiter. Ah, da sind wir jetzt wieder durch die Rohre. Okay, oder fuck you. Okay, das heißt die Rampe, die haben wir jetzt. Ah, komm mal, ist da unten noch was? Da ist was. Ist da Hebel? Da ist was. Hacks mich da auch nicht selber auf. Na, okay. Da war der hier auch nicht da. Oh, okay. Okay, jetzt können wir da auch erst aufhelfen, oder? Jetzt können wir erst aufhelfen. Oh. Okay, dann muss ich vielleicht auf die Balken gehen. Ja, klar. Ist das geil gemacht. Cool, ja. Taut man. Ich meine, man hat da das Spiel echt mit viel zu tun, außer dass man sich fürcht. Dass man dort umgeht und sich fürcht. Man hat eben überhaupt keine Mittel. Oh Gott. Okay. Braucht er wieder Batterien? Nein. Nein, das können wir gleich auch machen. Ja, lassen wir erst das einmal schauen. Ja. Aber das wird hier unten die Tür sein, halt. Gehen wir da noch aufhelfen? Gehen wir da noch, oder? Das ist sicher noch im Erzähl-Oderens entstanden. Okay, das ist nichts. Die haben es echt diesmal mit den Sounds, haben sie sich nicht zurückkehren, also das muss man schon sagen. Da haben sie gesagt, fuck it, gehen wir all in. Ja, das stimmt. Kannst du den Tor aufmachen? Man muss eigentlich nicht, aber probieren, was? Ja, das geht jetzt voll zu hinter dem Tor. Das finde ich, als würde da auch mit den Krallen dagegen kratzen. So Schwein rum. Nein, geil, die Griffe kannst du nicht. Nicht, dass einer dagegen haut, weil ich da flippe aus. Na gut, da müssen wir einfach die Schalten betätigen und durch die Tür gehen. Das ist eine Aufgabe, die etwas zu bewältigen. Die Maschinen schauen aus wie die ärgste Megakonstruktion. Das ist so laut, wie die Tür aufgehört. Wow, knackst, ist kreislich. Ah, ist das kreislich, der Ton. Die Spie ist so geil. Weiter! Du hast nämlich echt keine Ahnung, was die erwartet. Null überhaupt nicht. Null, du machst das halt, weil es geht. Ja, genau, genau. Äh... Oh! 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 Oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.